Boah, mein Herz, Alter. Ich glaub, ich kotze. Immerhin nicht daneben gesprungen, ja. Echt so. Jetzt kommt noch ein Endgegner. Und dann haben wir die zweite Insel geschafft. Oh Gott. Los geht's. Das kann ja wohl nicht mehr so schwer sein. Ist egal. Es ist... Was bist du denn? Oh, sexy ass. What the fuck? Hey, geil, wer bist du denn? Alter, was? Was ist passiert? Oh mein Gott. Wieso hat er solche Muskeln? Oh mein Gott. Was ist mit dir? What the hell? Oha, oha. Jetzt kommt ein großer Brocken. Okay, okay. Boots. Ah, die muss ich zurückbumsen. Alles klar. Ah, oh. Ja, gut. Oh, was bist du eigentlich? Okay, der ist echt funny. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Voll unkomisch. Da kommt der Große. Voll genial. Was zur Hölle? Komm her, komm her. Du Muskel. Scheiße. Ist egal. Nur Leben. Egal, wenn wir Game Over gehen. Egal. Es ist kein Level. Es ist ein Boss. Das können wir nur noch schaffen. Oh. Voll geil. Oh, herrlich. Oh, wie knapp war das einfach gerade im letzten Level. Ich... Das wird mir jetzt erst richtig bewusst, Mann. Was ist passiert? Dieses Spiel heute. Ich... Boah. Was? Drücke was zum was? Drücke x zum was? Wow. Es sieht so lächerlich aus, wenn ich eigentlich den Knopf drücke, aber es passiert einfach nichts. Weil ich hier den Drehangriff mache. Warum ist der... Was ist das für ein Koala? What the fuck? Was war denn das jetzt? Seit wann kommt denn da die TNT-Tiste? T... Kiste. Ziste. TNT-Ziste. Ach, Leute. So ein Scheiß. Ey, komm. Oh, eine Uka-Maske. Wunderbar. Das ist ein cooler Boss irgendwo. Mhm. Scheiße. Das ist irgendwie... Man muss irgendwie schon drehen, wenn er wirft. Okay, den großen nicht. Aber ansonsten, kurz nachdem er eigentlich geworfen hat, muss man halt schon drehen. Ich bleib hier einfach stehen. Ist einfach witzig hier. Da ein bisschen später. Scheiße! Noch später! Scheiße! Ahem. What the fuck? Was war denn das jetzt? Oh! Gott. Was sollen eigentlich die TNT-Kisten? Wow, 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 wow. Fuck. So, also hier noch länger warten. Hier muss ich erst das Timing noch rauskriegen. Das ist ein bisschen bescheuert hier. Hast du's dann? Hab's. So, jetzt die kleinen. Oh, die kommen so schnell einfach. So, jetzt wieder der große Brocken. Ja, perfekt, Alter. Perfekt. Ach, ich muss ihn viermal treffen. Oh, guck mal. Was soll denn diese TNT-Scheiße? Oh. Hey, komm. Der war der... Also, das war das... Also, wie? Das kann ja jetzt... Also, was? Game over. Ich... Oh, Alter. Ich kotze dir in die Maske. Also, ich kann's nicht mehr hören. Okay, let's go. Oh, direkt schon die Uka. Drücke X zum Springen. Das stimmt doch nicht mal. Hä? Es stimmt doch halt einfach nicht mal. Man springt halt einfach auch mit B vor allem. Äh, was mach ich da? Gut, ich kann dem Kack ja auch einfach ausweichen. Das ist einfach komplett richtig. Ich weiß nicht, was das war. Frag mich nicht. Das ist so besteuert einfach. Ach, zum Überspringen. Ach so. Was will ich denn da groß überspringen? Oh, na. Viermal. Das ist aber schon ein bisschen... Wie dieser Felsen fliegt, das ist so unlogisch. Dankeschön. Danke. Die sollen... Ich denke, die sollen dich behindern. Ja, ist so. Ich bleib jetzt einfach wirklich hier stehen. Das war einfach die beste Idee. Let's go. Komm. Gib mir. Ja, gib mir den Großen. Gib mir den Großen. Gib's mir hart. Ja. Wunderbar. Warte, was? Ich hab ihn... Als ob der Minen... Wie war wo? Der Minenwagen war im Weg, Freunde. Was soll denn der Scheiß? Oh, das ist richtig fies, ne? Das ist richtig fies. Jetzt hab ich ihn. Kommt da. Eigentlich, sobald das Soundgeräusch vom Wurf weg ist, dann einfach drehen. Jetzt kommt er wieder mit dem Großen daher. Und dann ist der Wagen im Weg. Genau, wunderbar. Fantastisch. Ja, aber klappt. Ups. So, da kommt der Große Brocken. Diesmal ist kein Wegelchen im Weg. Jawohl. Zweimal noch. So. Oh, scheiße. Ja. Da kommt der Große. Ja. Das wird leider nichts. Warte, warte, warte. Oh, nein. 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 No one. Bäh. Wirf einfach. Ist das gerade die doppelte Unkermaske? Ich glaube, oder? Bin mir nicht sicher. Das ist bescheuert. Und wieder gegen den Kackwagen. Die TNT-Kisten, die irritieren einfach nur dumm. Ja, einmal. So. Oha. Alles klar. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Wie dieser Brocken fliegt. Es sieht so dumm aus. Zweimal noch. Da, da, da. Komm her. Oh, toll. Das ist schon bescheuert hier. Das ist schon ziemlich bescheuert. Oh, Mann. Diese Wagen. Diese Wagen. Ich treffe ihn wieder nicht. Wow. Oh, könnt ihr mal mit diesem scheiß Minenwagen aufhören, bitte? Dann halt hier. So, noch einmal. Wo kommen die Kisten? Oh, mein Gott. Er wird viel schneller. Ja. Komm, hierher. Hierher. Ja. Nein. Nein. Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Oh, mein Gott. Das kann doch wohl die Wahrheit sein. Ah. Oh. 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 Ja, auf ein neues, oder? Oh, Mann, ey. Das ist furchtbar. Das ist doch der Endge- der zweiten Insel, Leute. Bitte. Bitte. Es kann ja wohl nicht mehr jetzt so schwer sein. Oh, danke. Danke. Das hab ich gebraucht. Jawohl. Toll. Ja. Fantastisch. 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 Ja, wow. Oh, Gott, das ist einfach bescheuert. Ja, ja. Jetzt, 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 jetzt. Noch einmal. Mal. Da kommt der große Brocken. Oh, lecker. Ein Fest für die ganze Familie ist das. Ja, ach, bummst mir doch die Henne vom Herd. Ja. Ich muss halt hier abwarten, bis das Timing von dem Scheiß wagen und alles stimmt. Ah, jetzt sieht's gut aus. Endlich einfach. Es ist einfach. Nein, warte. Was? Was ist das denn? So ein Scheiß. Okay, geschafft. Oh, mein Gott. Ich könnte nicht schreien. Dritte Insel. GG, Dankeschön. Dankeschön. Geschafft. Die zweite Insel. Wir haben heute die zweite Insel geschafft. Wir haben einfach heute die zweite Insel geschafft. Okay. Ich will... Oh Gott, was? Wie viele Level sind hier? Ich will da einfach mal reingucken. Wir machen einfach mal das nächste Level. Wir gucken einfach mal rein. Oh, fantastisch. Das ist schon eine fantastische Stelle zum Anfang einfach. Was seid ihr denn? Wow. Was ist? Äh... Okay. Das ist die letzte Insel, ne? Hier ist dann Cortex, ne? Du Pisser! Du Pisser! Pff. Entschuldigung. Ach ja, alles cool. Nani? Was ist das denn jetzt? Ich wollte eigentlich schon auf dich draufspringen. Aber okay. Okay. Oh, 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 oh. Mhm. Mhm. Fantastisch. Ja. Mhm. Nee. Alles klar. Okay. Haben wir reingeguckt. Fantastisch. Oh mein Gott. Weißt du? Boah. Ich würde am liebsten das jetzt einfach durchziehen. Ich will es einfach durchziehen. Ich habe keine Lust mehr, nochmal Crashs zu streamen. Ich will es durchziehen. Wie viele Level sind hier? Eins, zwei, drei. Man weiß es nicht. Vier, fünf, sechs, sieben oder so. Man weiß es nicht. Aber es ist die letzte Insel, ne? Müsste eigentlich schon so sein. Oh Mann, hier sind ganz viele Level. Ich schaff das nicht heute. Nee, ich schaff das nicht. Nee. Vor allem, es hat mich einfach so zermürzt heute. Ich kann das gar nicht mehr schaffen. Ich kann das heute gar nicht durchspielen. Das kannst du vergessen. Nee. Da brauche ich neue Energie für. Das bedeutet, wir machen hier einfach wirklich Schluss. Wir haben auch drei Stunden schon gestreamt. Das passt schon. Das passt schon. Komm, was auch immer. Das ist okay. Das ist einfach okay. Ähm. Speichern. Hier so. Ja. Hui. Das ist fantastisch. Nein. 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 Kommt dann als Bonus Stormy Essend. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also, zu jetzigen Zeitpunkt sage ich einfach nein. Wir werden sehen. Aber ich glaube eher nicht. Okay. Aber, das war's für heute. Nee. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Oh mein Gott. Dieses Spiel. Es ist, es ist super. Es ist echt cool. Es macht Spaß. Aber es ist schon ein bisschen die Hölle. Es ist schon der Wahnsinn. Und das Schlimmste sind einfach manchmal die Kameraeinstellungen. Und dass er von den verdammten Kanten abrutscht. Und die Hitbox. Das sind drei drastische Dinge, die scheiße sind. Alles klar. Aber es macht einfach trotzdem Spaß. Es ist ein schönes, herausforderndes Spiel. Weil es ist fair herausfordernd. Es ist einfach fair scheiße. Weil man kann es schaffen trotzdem alles. Aber es ist einfach... Wow. Wow. Ja, es ist ziemlich... Okay. Mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute. Liebe Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Euer Gekko.